Hast du eigentlich noch Freunde? Das ist eine Frage, die mich auch so ein bisschen trifft, auf jeden Fall. Die auch wieder Seelenverwandte sein können, so, weißt du, und wer weiß auch, was mit den alten Freundschaften noch passiert, so, wo man auch immer noch Respekt füreinander hat, so, das kann auch wieder aufblühen irgendwann. Warst du mal mit einem Schwulen befreundet? Hatte ich teilweise Freunde, die auch schwule Freunde hatten, so. Da muss ich sagen, habe ich mein Mindset, was Homosexuelle, Schwule angeht, auf jeden Fall geändert. Deswegen will ich nicht derjenige sein, der andere Menschen ausgrenzt, weil die so sind, wie die sind. Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bildscher, Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimmt Kontrolle. Leptun Tony54 fragt, hast du eigentlich noch Freunde? Boah, Digga, das ist eine Frage, die mich auch so ein bisschen trifft, auf jeden Fall. So, also was so ein bisschen so weh tut, sage ich mal, weil viele, wirklich viele Freunde aus meinem Leben weg sind. So, ich habe nicht mehr viel, wirklich nicht mehr viele Freunde, aber ich habe noch Freunde. Also Laura ist zum Beispiel jemand, der mir krass ans Herz gewachsen ist. Wir telefonieren auch regelmäßig und so und es ist schön und ich bin dafür dankbar, anstatt jetzt zu sagen, also ich bin traurig, weil ich andere Menschen verloren habe, bin ich froh auch, dass ich neue Menschen in meinem Leben bekommen habe, so wie eine Laura, weißt du, weil eine Laura ist zum Beispiel so, mit der habe ich halt so viele Gemeinsamkeiten, das ist schon echt gruselig, wenn wir uns unterhalten, was wir alles gemeinsam haben und auch wie wir ticken und so, das ist schon krass und überhaupt einen Menschen im Leben zu haben, mit dem man sich austauschen kann, seine Probleme teilen kann und einfach matcht so, von der Seele auch her, von der Intuition und wie man ist und was man erreichen will und was man fühlt, was man nicht fühlt, wie empathisch man ist, welche Probleme man hat, auch mit Familie, Mischling sein, halb schwarz, halb weiß, kein Kontakt mit Vater. So, das sind halt Sachen, die uns krass verbinden, wo ich echt auch dankbar für bin, dass ich so einen Menschen in meinem Leben habe, auch wenn wir uns selten sehen, ist die auf jeden Fall krass in meinem Herzen drin. Mit Phanus zum Beispiel, Phanus ist auch, weißt du, mit Phanus, wir reden nur noch sehr, 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 sehr selten, aber ich bezeichne Phanus immer noch als, der ist in meinem Herz drin, weißt du, er ist ein Teil von meinem Herzen und so. Das wird auch nie wieder weggehen und deswegen ist auch schön, dass wir, dass wir zwar sehr, sehr selten nur noch reden, aber wir reden noch und auch mit Barisch zum Beispiel war es mir wichtig. So, wir haben auch nicht mehr viel Kontakt, so, was auch damit zusammenhängt, dass ich auch einfach aus Deutschland weggegangen bin, sonst darf man halt auch nicht unterschätzen, aber dass man trotzdem noch miteinander redet und sagt so, ich respektiere die Zeit, die wir miteinander erlebt haben, so, und wir, so, wir können uns auch noch in die Augen gucken, und wir können uns die Hand geben, wir können miteinander quatschen, wir können, wenn irgendwas ganz Schlimmes ist, weiß ich auch zum Beispiel, dass die Jungs da wären, so. Die wären da, die wären da, auf jeden Fall. So, also wenn es wirklich, wirklich, wirklich drauf ankommt, wenn es um Leben und Tod geht zum Beispiel oder irgendwie sowas, weißt du, da ist eine Connection, die ist aufgebaut und die wird auch für immer bleiben, so. Ja, Mann. Und ansonsten, ich bin halt, ich bin halt so eingestellt, dass ich, weißt du, ich hader auch viel damit, dass viele Leute und Menschen sich aus meinem Leben entfernt haben, so. Das nimmt mich auch krass mit, das ist auch ein Teil davon, warum ich aktuell nicht so, nicht so glücklich bin, sage ich mal so. Ich trage das immer lange in meinem Herzen drin, wenn Leute sich von mir getrennt haben, auch meine Ex noch, und das ist auch schon wieder jetzt zwei Jahre her oder so, ist immer noch in meinem Herzen drin. Und ich weiß aber, dass ich halt ein Mensch bin, der immer das Gute anziehen wird, so. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich auch mit ein paar Sachen aus der Vergangenheit abschließen kann, werde ich auch wieder Leute, Menschen in mein Leben reinziehen, die mir, die auch wieder Seelenverwandte sein können, so, weißt du. Und wer weiß auch, was mit den alten Freundschaften noch passiert, so, wo man auch immer noch Respekt füreinander hat, so. Das kann auch wieder aufblühen irgendwann. Man muss halt, man muss halt, man muss halt schaffen, ich muss es für mich persönlich schaffen, ähm, das nicht immer so negativ dann so im Kopf zu behalten und zu sagen, so, ah, voll traurig und dies, das, bla, bla, bla. Dankbar sein für die Zeit, die man hatte, nach vorne schauen, sich verbessern, die Sachen, die man in den Freundschaften falsch gemacht hat, ändern. So, ein besserer Mensch werden, damit man dann wieder neue Menschen in sein Leben ziehen kann, vielleicht die alten Freundschaften wieder aufblühen kann, eine Frau kennenlernt, mit der man Kinder hat und eine eigene Familie gründet, so. Und das ist auch eine Sache, Familie zum Beispiel, das sind, das sind, mein Bruder ist auch, so, ich hab mit meinem Bruder leider, so, wir haben nie so, wir sind, wir sind halt echt sehr unterschiedliche Menschen, aber dafür sind wir trotzdem sehr, trotzdem sehr gleich, so, weißt du, wie ich mein so. Und ich weiß auch, dass die Zeit noch kommen wird, wo ich mit meinem Bruder noch sehr viel Zeit verbringen werde und vielleicht da auch dann noch eine krassere Verbindung und Freundschaft aufblüht, mit meiner Mutter, mit meinen Großeltern, die sind noch da, mit meinem Onkel verstehe ich mich brutal, Familie gibt mir Kraft, so, ja, so, so, das ist halt, ist halt, das ist der Weg, Bro. Da war ich jetzt halt hundertprozentig ehrlich und das ist auch eine Sache, sag ich dir ehrlich, hab ich schon zwei, dreimal im Chat gesehen, hab ich versucht, so zu ignorieren, hat mich aber immer verletzt, so, weil ich dann selber darüber nachgedacht habe, so, Mann, schade, Digga, so viele schöne Menschen waren in deinem Leben, viele sind gegangen, so. Aber anstatt so negativ zu denken, versuche ich halt jetzt mittlerweile mich daran positiv zu orientieren, zu sagen, ja, werd einfach ein stabilerer, besserer Mann, so, weiß zu schätzen, wen du in deinem Leben hast und arbeite nach vorne und nicht mehr nach hinten, so. Hundertprozent, Kanak gesagt, also hast du sozusagen aktuell keinen richtig echten Freund? Doch, Laura, was heißt auch richtig echter Freund? Ich war sowieso, ich sag dir ehrlich, ne, also wenn ich, ich bin sowieso so einer, die meisten Freundschaften, die ich kenne, sehe ich nicht als Freundschaft, so. Weißt du, wie ich meine, so, so, die meisten Freundschaften, die ich kenne, die sehe ich nicht als echte Freundschaft. Ich war schon immer so, für mich muss das richtig, boah, das muss wie, wie, wie so, Faust aufs Auge, Bruder, das muss Seele in Seele, muss das ineinander gehen, so, weißt du, ich meine, und so waren meine Freundschaften, die ich bis jetzt hatte, auch gefühlt, weißt du, wie ich meine, so. Und ich habe nicht viele Menschen in meiner Umgebung gesehen oder Menschen allgemein gesehen, die so eine echten Freundschaften haben. Ich sehe oft Menschen, die miteinander befreundet sind, wo ich schon von Anfang an das Gefühl habe, wenn ich die beiden zusammen sehe, dass da Neid ist, Jealousy ist, keine richtige hundertprozentige Liebe ist, so, wo man füreinander da ist, so, egal was ist, weißt du, deswegen ist es so eine relative Frage, hast du keine echten Freunde mehr, so, ich weiß, so, wie gesagt, so eine Verbindung und so eine Connection, wie ich die eben erklärt habe, zu Fanus, zu Baris, zu Laura, wird nie weggehen, so. Deswegen kann man sagen, das sind echte Freunde, auch wenn die jetzt nicht mehr konstant in meinem Leben drin sind. Laura ist konstant da, also wir haben konstant Kontakt, wir brauchen uns auch gegenseitig, aber die anderen sind nicht mehr so konstant in meinem Leben da, aber die sind trotzdem noch da, weißt du, wie ich meine, vor allen Dingen im Herzen, so, und so. Warst du mal mit einem Schwulen befreundet? Ich weiß, es kann sein, dass es trollmäßig gemeint ist oder nicht ernst gemeint ist, so, ist auch egal. Ich muss sagen, ich war noch nie mit einem Schwulen befreundet, nee, aber in Tulum, wo ich in Mexiko war, hatte ich teilweise Freunde, die auch schwule Freunde hatten, so, weißt du, und da muss ich sagen, habe ich mein Mindset, was Homosexuelle, Schwule angeht, auf jeden Fall geändert. Ich komme halt aus diesem, aus diesem, aus diesem, ja, natürlich aus der Umgebung halt, wo schwul eine Beleidigung ist und schwul und so geht gar nicht und dies, das, bla, bla, bla und Abstand und, weißt du, wie ich meine, relativ negativ eingestellt auf Menschen, die schwul sind, weil ich ja doch leider einer bin, ich bin so, ich weiß, ich bin irgendwo ein Frauenmagnet, aber auch ein Schwulenmagnet, so, weißt du, und das hat mich dann irgendwann so immer abgeschreckt und so, dass ich dann auch so ein negatives Mindset gegenüber Schwulen aufgebaut habe, was aber nicht gesund ist, finde ich, und ich habe auch gemerkt, dass es nicht nice ist, Menschen sind Menschen, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat sein eigenes Leben, jeder entscheidet so, wie er für sich entscheidet, und ich habe sogar gemerkt, bei mir, ich habe sehr viel mit, mit Neid und so zu kämpfen, wenn es um, wenn es um Männer geht, ne, sage ich euch ehrlich, wie es ist, wenn ich mit Männern bin, befreundet, verkumpelt, keine Ahnung, irgendwie so, viele Männer sind irgendwie neidisch und so auf mich, ich spüre das und merke das so, weißt du, die mögen das nicht, dass ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe, in Form von, Frauen gucken mich an, die ist das, bla, 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 Leute reden mit mir und so, fühlen sich manchmal dann halt so ein bisschen, ja, so, so, fühlen sich dann nicht gut neben mir, teilweise, weißt du, ich meine so, und das habe ich bei Frauen zum Beispiel nicht, ähm, und bei Schwulen natürlich im Endeffekt auch nicht, so, und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die auf mich stehen, dann komme ich mit denen eigentlich gut klar, so, weißt du, Mitch zum Beispiel hat ein paar schwule Freunde gehabt, so in Tulum, und dann war ich halt, wir waren Party machen und so, die waren halt manchmal auch dabei, so, weißt du, ich meine, ich hatte jetzt keinen Bock, dass der Bray hinten bei mir auf dem Scooter sitzt, aber nichtsdestotrotz waren wir dann feiern und so und die waren coole Dudes, weißt du, ich meine so, lustig, die ist das, bla, locker, man, so, keine Ahnung, auch lockerer, nicht so krassen Stock im Arsch und so, weißt du, ich meine so, und deswegen muss ich sagen, ich habe mein Mindset geändert, was das angeht, so, ich will nur nicht, dass ich zu krass angemacht werde und so, weißt du, wenn ich das Gefühl habe, dass die auf mich stehen und dass die da so Vibes versuchen zu catchen bei mir, dann bin ich so distanziert, so, manchmal bin ich auch noch von Haus aus so ein bisschen so distanziert, aber ich habe schon gemerkt, dass ich einfach mich ein bisschen geändert habe, was das angeht und mich auch noch mehr wandelt, ich will keinem Menschen, egal was er ist oder nicht ist, ein Gefühl davon geben, dass ich ihn nicht mag, weil er so ist, wie er ist, oder gerade ich nicht, ich habe das schon so oft gespürt, allein wegen meiner Hautfarbe, in meiner Kindheit und Jugend, dass Leute mich nicht mögen, weil ich so bin, wie ich bin, dann habe ich irgendwann meine Meinung gesagt, dann haben Leute mich nicht gemocht, wegen meiner Meinung wurde ich ausgegrenzt und so, deswegen will ich nicht derjenige sein, der andere Menschen ausgrenzt, weil die so sind, wie die sind, Bro, jeder soll so sein, wie er ist, jeder hat sein eigenes Leben, so, so, mehr Offenheit rein da in die Nummer, so, weißt du, Rado, danke für die 2 Euro, ich kiss dein Herz, thank you very much, man. Ja, so, weißt du,